Genau das habe ich mir erhofft. Willkommen zurück bei The Walking Dead Michonne. Genau das habe ich mir am Ende der letzten Episode erhofft. Wir haben einen neuen Verbündeten. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Ich lebe dir. Both von dir. Bitte. Anything. Willst du helfen? Starten mit uns aus hierher. Es wird nicht einfach sein, aber ich werde das, was ich kann. Ist er noch nicht in der Luft? Jonas! Ich dachte, dass du mehr Zeit hast. Was meinst du? Oh nein. Jonas, hör auf. Ich sagte, dass ich ihnen helfen würde. Dann müssen wir auch wegfallen. Also zwei neue. Ja, okay. Let's find Pete and get the hell off this boat. Heißt nicht, dass ich den beiden jetzt auch gleich vertraue, aber es ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und ich glaube, die ziehen jetzt keinen Mist mit uns ab, denn die sind viel zu... Na, ihr wisst schon. Es war eine Reaktion im Affekt. Also sie wäre, hätte sie es getan, nie wieder glücklich geworden. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich es verhindert habe. Dass wir einen neuen Verbündeten haben können, das war nur so ein kleiner Zusatzgedanke. Aber nicht ausschlaggebend, das muss ich zugeben. Wir müssen hier jetzt verdammt vorsichtig sein. Ah, da sitzt sie okay. Ach nee, da sitzt er. Ich hab eben nur die Beine gesehen. Die Waffe willig. Ich bin nur hier für Pete. Wenn du Samen findest, kannst du ihn haben. Ich bin nicht zu lassen, dass du einen von dir gehen kannst. Norma, vergiss die Frau. Wir können das herausfinden zwischen uns. Ich hab mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich krieg's mehr nicht schnell genug hin, ich krieg's mehr nicht schnell genug hin. Eigentlich drück ich ihr wie bescheuert, aber ich krieg hier... Ach, Kampf in der Hand. Sehr schön getroffen. Sehr, sehr gut. Wo ist Norma? Verdammt. Die sanfte Tour bringt dich hier nicht weit, Junge. Das musst du lernen. Okay, das war Norma. Wir haben Probleme. Ist das ein Attach? Was passiert? Wo sind die Kinder? Die Brüder hat es in der Arme. No! Everyone, hör auf! Everyone, hör auf! Get down. Die Brüder hat es in der Arme. Stay out of sight. Wir finden uns bald. Wir müssen uns die Brüder. In hier. Wir sind total verabschied. Die ganze Stadt ist für uns. Wir werden es herausfinden. Michonne? Wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung. Wie viele sind es? Nur drei! Geh die Hölle aus, Norma, mein Freund! Was? Ähm, ich weiß gerade nicht genau, was passiert, wenn wir die Leute anklicken. Ah, okay, das sind die Möglichkeiten. Ich wusste jetzt nicht so genau, ob sie die Waffe mitgenommen hat und ich wollte auf gar keinen Fall schießen. Das ist lokal. Ich habe manchmal die Leute zukaufen. Ich frage dich sogar in die Unde ich stehe und niemand. Sie longue nicht. Ich bekomme die Möglichkeit. Ich bekomme die Menschen zuwinden. Ich bin mit diesen Menschen. Das wird nicht immer funktionieren. Sie werden dich zu töten. Sie werden nicht. Sie werden sich ihre Menschen zu bezahlen. Und wir haben die Chancen aus den Boden strommen. Ich bin hierher. Ich bin hierher von uns. Ich bin hierher von uns. Ich bin hierher von schnell. Ich bin hierher von einer. Ich mache das zur Runde. Ich mache das besser für meine Crew. Das includes... Keine gute Idee. Schwein gehabt. Okay, ich glaube, jetzt wird's anstrengend. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, denen geht's gut, sie sind ja nicht rot. So. Ich wollte gerade sagen, komm ran, hier. Äh, nee. Seh ich nicht. Schade. Ich dachte, sie dreht sich um und wir können ihr dann eine nocken, aber so geht das natürlich auch. Nein. Nicht gut. Okay, alles noch gut. Doch noch gut. Ja, das geile Intro musste ich jetzt leider wieder rausschneiden. Es tut mir leid. Aber das darf ich ja nicht senden. Und es ist wirklich toll. Es hat nicht so gut gemacht. Es hat nicht so gut gemacht. Du musst lernen, dass du deine Machete auf deinem Beinemann aufhörst. Insofern zu hacken. Ich kann mich nicht überlegen. Du musst glauben, dass ich das mache. Du musst, dass ich manchmal weiß, was ich mache. All ich sage, ist, dass ich nächste Mal mache, was ich mache. Und wenn das nicht funktioniert, deine Machete kann das tun. Es gibt nicht so, dass wir wieder zurückkommen. Wir können uns in meinem Haus zurückkommen. Wir können uns in meinem Haus schlafen, bis es ist klar. Mein Vater kann dir helfen. Es ist nicht weit. Ist ein Grund, definitiv. Was ist denn? Was ist denn? Oh Gott. Nicht gut. Oh man. Oh. 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 We have a little problem. Oh. Oh I'll get out. Okay. Was ist das? Was ist das? Mein Gott. Ich glaube, dass wir das schon sehen können. Was ist denn da gekommen? Das ist so schön. Der liebt mich ganz so gut. Der hat für sein zartes Gemüt ist das gar nichts. Bleib ruhig. Als wir nicht hinterher kommen, sind wir gut. Wir hoffen, dass Norma nicht gerade uns im Visier hat. Dann könnten wir ein Problem bekommen. Wir brauchen dringend einen Therapeuten. Ob unter den Leuten hier einer dabei ist? Hey, alles gut. Oh, da müssen wir selbst. Da habe ich gerade gepennt. Es tut mir leid. Es wird die ganze Zeit nur auf viele Schossen. Ich überlege gerade, ob das wirklich Norma ist mit dem Sniper oder einer unserer kleinen Freunde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt haben wir unsere Haustiere verloren. Hm. Müssen wir uns wohl neue Haustiere machen? Gott, was leire ich denn hier? Aber wenn die jetzt schon hier am Festland sind, dann werden die uns hier doch auch früher oder später finden. Scherzkeks. Das war mir auch schon klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Pete gerade ein gutes Buch bei einer Tasse Tee bei Kerzenschein viel lieber wäre. Oh, ich will da rum. Na, ich will da rum. Ich weiß jetzt nicht, ob das entscheiden kann, ob rechts rum... Alles gut. Fuck, ey. Ich häng hier jetzt wie auf dem Silbertablett. Das ist doch kacke. So geht das nicht. Zum Glück sind wir durchtrainiert. Und weiß ich... Ja, das ist doch klar. Noch du hast mich. Und wir haben doch... Bis zum nächsten Mal.